Diese Machtkämpfer nutzen kannst du durchdringen die schwachen Gemüter, um die Feinde von innen heraus zu zerschmettern. Ein Ork insbesondere hat einen Verstand, der wie ein flammendes Leuchtfeuer der Fläche, Schwäche strahlt, annehmen. Redback. Diese Blatt sind mannlos wie in die Orkarte. Der Klang steckt wie ein Trauer, das ist. Moment, wenn ich die nächste Hose lehre. Moment, wenn ich die Möchte mache. Schon raus, was du weißt. Gerot auswählen. Information über Gerot. Ah, schon mal Italien. Gerät in Panik beim Anglisch von Garagor. Er ist immun gegen Fernkampfangriffe. Warum bin ich nicht immun gegen Fernkampfangriffe? Hä? 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 Nur die hässlichen Scheiß-Siecher. Achso, die können nur ausgenutzt werden, wenn du zuerst Informationen sammelst. Habe ich schon bemerkt. Und sie sammeln sich in Rotten. Und sie sind hier nicht gerade sehr beschädigt. Oder sie sind die? Und wo kannst sie finden? Oh ja. Red, kann man in der Zeit sein? Und sie sind hier nicht in der Zeit? Ja. Wir haben jetzt genug drin. Zuerst musst du mich mal mit dir stoppen können. Komm mit mir, Wachläufer! Hm. Männliche Seele, Wachläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der schwarzen Hand. Ich zeige es Ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Sonst wird die Wäsche ordentlich in den Nacken. Wie kannst du dich mit Breit abschauen? Nehmt ihn sein Schwerd! Neuer Feind, Schildträger. Schildträger wären Frontalangriffe ab und müssen von hinten angegriffen werden. Ah, scheiße. Kenne ich auch aus. Ah, Croft Tomb Raider. Da habe ich dich schon gehasst. Drück in der Nähe des Feindes A, um über ihn zu springen. Also hinweg. Ja, das habe ich glaube ich schon mal gemacht. Ich bin nicht. Das Fleisch des Waldläufers ist viel zarter. Ja, da war ich. Ach, hach. Voller. Ich bin nicht. Waldläufer, schnell. Ich mag die spitzen Dinger nicht in der Städten haben. Das ist gar nicht so einfach. Aber, da kriegst du ja die Dinge. Was? Was war das jetzt? Okay. Da lang drücken wäre ganz cool. Ah, lang drücken, gleich wiederholen. Wie ist dann abbrechen? Das ist doof. Wie hast du dich mehr breit abschauen? Wer? Waldläufer. Wer holt ihn aus? Den Waldläufer, nicht mich. Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst dich abschauen. Komm schnell mit dir. Aufhören. Aufhören. Ein Wuchs und ich werde dich häuten lassen. Haltet euch her. Halt vor dem Land. Das ist gar nicht so einfach hier. Ich sterbe gleich. Schon wieder konnte ich es nicht lesen. Ich habe aber wieder wollen gedrückt. Ich finde ich echt so schlecht. Ich muss mal eine Knöpfe gleichzeitig drücken auf dem Controller. Schau und stellt euch mir vor uns. Seid nur noch ein Knopf. Hier kommt es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Unsere Kriegern verdienen mehr Anerkennung. Das einzige, was noch übrig ist, ist der Glitz der Küchegrotte. Das ist der Glitz der Küche. Jemand hat ihn gedrückt. Nicht klappt. Es wird gleich unter Erde arbeiten lassen. Ja, der Rüstmeister will nicht länger auf seine Vorräte warten. Sein Wettstand steht schon den halben Tag lang still. Er sagte mir aber immer, sein Schmiedefeuer auszukühlen. Doch er würde ja ins Grabenmeister ins Bremstab hineinwerfen. Haha, das würde ich zu gerne sehen. Das würde dem Rest sich auf Feuer und am Hintern machen. Ja, der Haftmann sah aus, als wäre der Kunde vor, sein Leben zu wechseln. Also die Angst des Händers immer nicht da. Florian bei O2. Schmiedefeuer aus. Jemand k ciclisch. Infine zu drehen. Ja, was los da? Nein, wie schmiedefeuer aus? Wasst die Anerkennung. Es hat nicht um ein Schmieden. Das könnte der Weitläufer gewesen sein. Schleicht da jemand um mir? Ein Mörder ist heute ein Ding. Was war das? Wenn ich hier fertig bin, gehe ich auf den Tag noch in den Anlaug. Ich habe schon seit einer Weile keine gute Hand mehr gehabt. Dann fische ich auf den Tag noch rum. Dann fische ich auf den Tag. Musst du nicht. Ich habe etwas gesehen. Der Grab hat mich mit einem Pfeilerischt einen besten Stichschmerzen mehr als das. Der Grab hat mich mit einem Pfeilerischt einen besten Stichschmerzen mehr als das. Der Grab hat mich mit einem Pfeilerischt einen besten Stichschmerzen mehr als das. Der Grab hat mich mit einem Pfeilerischt einen besten Stichschmerzen mehr als das. Der Grab hat mich mit einem Pfeilerischt einen besten Stichschmerzen mehr als das. Der Grab hat mich mit einem Pfeilerischt einen besten Stichschmerzen mehr als das. Der Grab hat mich mit einem Stichschmerzen mehr als das. Der Grab hat mich mit einem Stichschmerzen mehr als das. Der Grab hat mich mit einem Stichschmerzen mehr als das. Der Grab hat mich mit einem Stichschmerzen mehr als das. Der Grab hat mich mit einem Stichschmerzen weniger als das. Der Grab hat mich mit einem Stichschmerzen mehr als das. Das ist mein Stichschmerzen der Grab. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. Schwarz und Toastlos, aber nicht mehr. Oh, der hat mich gesehen. Ich bin bloß blind gebraucht. Ich habe sie mit meinen Augen gekürtet. Ich bin Gorod. Kein anderer Urung weiß so viel über Karagor. Wenn ich Gott will an den Mordor schreite, dann könne ich Karagor nah an, indem sie vor mir davonlaufen. Und wer ist er noch? Karagor, habt ihr ein Gorod? Immun gegen Fernkauf. Brauche ich gar nicht drauf zu schießen. Heftiger Angriff. Kann durch Todesstöße vom Rücken berettender Bestien sofort getötet werden. Aber davon läuft er ab, äh weg. Deswegen hat er auch Angst davor. Ich müsste mir also ein Karagor greifen. Unter den wiesen Mordors habe ich mir an Zahnen gemacht. Will sie im Schlaf zucken? Vor allem mit ihm von Gorod. Oh, der hat ja vorliegt. Aber vielleicht auch noch, wenn ich... A und R, B. Bitte was? Zielend, komm? Ach, der rennt weg und dann... Ach komm, das ist doch scheiße. Da ist ja wirklich nur ein paar Sekunden Zeit. Boah, das ist ja aber kacke. Was? A und R, B. Du brichst doch die Finger. Welcher von diesem Abschaum ist Gorot? Ich meinst den Burks, der solche Angst einjagt. Ich habe gehört, die Elben könnten Schwerte anfertigen, die so scharf sind, dass sie durch Stein schneiden, als wäre es gleich. Das ist... Gorot. Und jetzt? Die Altmachwolf. Und der Schlaf ist, der ist ein Schlaf, oder... Eine Schlaf. Das hat der Aufmann gesagt. Genau. Was ist mit dem Geschrei auf sich? Auch nicht schlecht, ich habe ihn nur egal, Gott töten lassen. Was ist mit dem Geschrei auf sich? 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 Was ist mit dem Geschrei auf sich?